Ein schöner alter Unterrock mit einer Tasche. Erzählt oder berichtet wurde mir, dass man zum Beispiel Rokoko-Zeit in dieser Tasche ein blutgedrängtes Tuch mit sich führte, um den Damen die Erleichterung zu geben von Flöhen und Wanzen und Ungeziefer befreit zu werden, weil die Tiere auf das Blut springen. Später hat man die Tasche beibehalten und die Frau hat darin den Notgroschen versteckt. Sie war ja abhängig vom Mann, hatte kein eigenes Einkommen und wenn sie was übrig hatte, wurde das im Unterrock versteckt. Dann kam eine größere Frauengruppe hier zu Besuch und sagte, ja, Frau Weber, kennen Sie nicht den schönen rheinischen Ausspruch? Häste noch jetzt im Lümpchen? Damit ist die Tasche gemeint. Also hier drin wurde Vorrat gesammelt.